GUTRÖTHS SCHIMPF SCHULE Hallo, ich bin Gudröd, ein echter Wikinger, und Kokosnuss ist mein Freund. Komm, Kokosnuss und ich zeigen dir, wie man so richtig schimpfen kann, dass sich die Palmen biegen. Hahaha! Heute? Die böse Wetterhexe Gula bedroht die Dracheninsel mit einem gefährlichen Zauber. Uiuiui, Kokosnuss, stell dir vor, du lieferst dir einen Wettkampf mit der gemeinen Hexe Gula in der Luft. Sie will dich und deine Freunde am liebsten in Hagelkörner verwandeln, und außerdem bedroht sie die Dracheninsel. Du musst sie austricksen. Na, dann mal ran! Heda, Frau Hexe, fangen Sie mich doch, Sie kriegen mich nicht. Kokosnuss, sie hat einen Zauberstab. Sie hat zwar gerade einen Knoten in der Zunge, aber pass auf. Huhu, Hula Gula, wenn du uns nicht in Ruhe lässt, verkohl ich dir den Besen. Ja, genau, weiter so. Aber Achtung, sonst verzaubert sie dich noch. Na, du alte Schrumpfnudel? Sind komische Sprüche alles, was du kannst? Genau, jetzt kommst du in Fahrt. Mach ihr Feuer unterm Hintern. Hey, du muffelndes Warzenschwein! Du musst das Zaubern wohl noch üben. Bravo! Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Jetzt zusammen mit dem Kind, das uns gerade zusieht. Genau, dich meine ich. Schimpf mal ganz laut. Du muffelndes Warzenschwein! Drei, zwei, eins, jetzt! Du muffelndes Warzenschwein! Jawohl, das geht noch lauter und grimmiger. Du muffelndes Warzenschwein! Ho, ho, ho! Ihr habt's geschafft! Nun ist sie vor lauter Schreck fast vom Besen gefallen. Ha, 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 ha! Großartig! Ihr seid zusammen echte Schimpfhelden! Nun ist auf der Dracheninsel der Sommer gerettet. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Willst du ein weiteres Video mit dem kleinen Drachen Kokosnuss sehen? Dann klicke auf das Videobild.